Hi, hi, hi. Willkommen zurück bei einem langen überfälligen Crusader No Regret. Ja, es geht endlich weiter und tut mir leid für die lange Verzögerung, aber ich hatte echt immens viel um die Ohren und dementsprechend auch wenig Zeit und manchmal auch Lust, das LP weiterzumachen. Aber jetzt geht es definitiv weiter und Domi und ich fangen demnächst auch das Harvester-LP endlich an. Also freut euch darauf. Gut, wir machen weiter. Ich weiß gerade nicht mehr, bei welchem Save-Game wir waren. Ich nehme jetzt einfach mal weiter zwei. Ja, das war richtig. Wir sind am Anfang der vierten Mission. In der letzten Mission haben wir das Schnellbahn-Kontrollsystem unter unsere Kontrolle gebracht. Wer sich nicht mehr ganz erinnert. Mit diesem Schnellbahn-Kontrollsystem können wir uns und auch der allgemeine Widerstand etwas freier auf dem Mondgelände hin und her bewegen. Das ist quasi unser Ersatz für die Teleporter aus dem ersten Teil. Und bevor wir in die Mission starten, hören wir uns nochmal ganz kurz die Missionsbesprechung an. Willkommen auf der Darkside-Basis, Captain. Wir haben mit Torch keinen Kontakt mehr. Einige meiner besten Leute sind verschwunden. Ich fürchte, dass das WEC sie bereits verhört. Es gibt nur einen Weg, sie zu finden. Wir müssen ein Netzwerk-Terminal anzapfen. Sobald wir wissen, wo sie sind, fangen wir mit der Rettungsoperation an. Eines der Terminals befindet sich auf Ebene 2 der Lunar-Basis. Ein unprogrammierter Wagen bringt sie fast bis ganz dorthin. Ich kontaktiere sie dort über Datenschirm. Alles klar. Gut. Mal schauen, was unsere Einsatz-Schnellbesprechung dazu sagt, um das Ganze nochmal zu summarieren. Okay, das können wir erst in der Mission machen. Tun wir das doch. Auf geht's. Vierte Mission. Crusader No Regret. Ich glaube, das ist auch die Mission, in der die, ähm, in der die Roboter kommen, die sich als Schränke und Automaten tarnen. Gut. Unsere Mission nochmal zusammengefasst. Netzwerk-Terminal. Finden Sie das Netzwerk-Terminal auf Ebene 2, extrahieren Sie die Dateien über die, über die Gefangenen aus dem LMC-Sicherheitssystem. Wunderbar. Ähm, mal ganz kurz gucken, was ich so, ah, für Waffen-Munitionen habe das passt. Uiuiui, die Mission gefällt mir jetzt schon gar nicht. Sieg ist cool. So, vorsichtig vor Kameras. Denn da haben wir auch schon einen Veteran. Uiuiui. Veteran gefällt mir gar nicht. Aus diesen Gründen, wie immer. Oh, ich habe noch drei Magazine vom Kanal bekommen. Alles klar. Der ist hinüber. Kamera. Nicht ein Schwein, der hat mich nicht gesehen. Da unten ist noch eine Kamera. Autsch. Gut, die werden wir auch nochmal schnell... ...eins die Insights befördern. ...gleich zumindest. Gut, das Torminal ist auf. Ich werde aber trotzdem jetzt schon speichern. Denn ich habe das Gefühl, dass die Mission alles andere als einfach wird. Es ist irgendwie beim zweiten Teil allgemein... ...ääh... ...so, dass der Teil so schwer ist, dass ich richtig Angst bekomme. ...ein... ...auch. ...ein... ...auch. Wie viele Energiezellen habe ich denn? Acht Stück und zwei Matpacks. Alles klar. Gut. Au, au, au. Ui, ui, ui. Das wird böse. Verdammt. Ui, ui, ui. Laserwaffen auch noch. Oh, meine Güte. Das wird ein Spaß, das sage ich euch. Für euch zumindest. Okay, Leute, die sich am Schreibtisch nicht bewegen können, lasst uns mal die Überweise in Ruhe. Hä, wie mache ich das jetzt? Ah, nein. Das war nicht ich. Wir machen das jetzt mal so. Wir probieren es mal so. Denn die schießen ja auf Spinnenminen. Und da wir so schön viele von denen haben, nutzen wir das doch gleich mal aus. Ui, ui, ui. Das wird ein Spaß, hey. Echt. Äh, immer schön vorsichtig vorwärts. Okay. Alles klar. Ich glaube, ich kann da unten noch zwei Stück... Oh, drei Stück looten. Okay, denn nicht. Alles klar. So. Ein Safe. Kyle, du hast die Tresor gestern Nacht aufgelassen. Du erinnerst dich, wo Leech schon hinversetzt hat. Schließ die Tresor ab und du darfst Dicor schürfen. Alles klar. Nächste große Tür. Das wird heute speichern. Zugang gewährt. Okay. Äh, nein. Gras. Komm. Heiligen. Heiligen Makaruni, ey. Super und die Leiche ist kaputt. Mäh. War ja klar. Das ist ja unfair. Ah, ich kann die Granatenwäfer nachladen. So, kann ich dieses Scheißteil da kaputt machen? Ah, Waffe. So. Ja. Wie ist das Schild geschützt? Au. Letztes Madpack, glaube ich, verbraucht, ne? Jawoll. Keine Madpacks mehr für mich. Heilige Scheiße. Äh, ja. Wieso war das mir jetzt so klar? Ach, du Scheiße. Äh, ich mach's mal trotzdem so weiter. Ah, Alarm. Äh. Kamera. Danke. Code rot aufgehoben. Habe ich die rote Keycard? Ich bin grad nicht sicher, aber ich geh mal von der Tür weg. Zugang. Geh weg. So, die locken wir jetzt mal ganz fies daher. Oh, das ist noch einer. Wie die schreit? Hey, da ist noch einer. Du musst die Leichen nicht sehen. Okay. Speichern. Oh, ich hab's sonst Menü. Hauptmenü. Hauptmenü. Okay. Keine Madpacks mehr. Ein Königreich für ein Madpack. Ja, hallo. Das ist auch noch schützt, schützt, geschützt. Ah. Ähm. Der hat ein Madpack dabei gehabt. Ich werd ja nicht mehr. Ähm. Sicherheitsstatus wird gesenkt. Schilde... Ah. Über den Kameras aufgehoben. Scheiß Dreckswieg. Ähm. Das war der hier, ne? Ja. Deadpack. Alles klar. Schildaufladestation. Gekauft. Okay. Speichern. Hauptmenü. Was war denn Quicksafe? War das F5? Schnell speichern. Ha. Sehr schön. F5 ist Quicksafe. Ich benutze das bloß so selten, weil man da halt immer nochmal extra bestätigen muss. Das ist irgendwie so... Ich weiß nicht. Mag ich nicht. Kann ich genauso gut speichern. Der rennt jetzt bestimmt gleich zum Alarmschalter. Hä. Da ist eine Thresher-Kanone. Die werde ich auch mit einer Spinnenmine, glaub ich, zerstören. Ich hoffe jetzt bloß, dass die kein Schild hat, weil ansonsten... ...derf ich nach dem Schild auszuhalten. Uiuiuiuiuiuiui. Ich trau dem echt zu, dass das Dinger Schild hat. Und Schildern... Mit Schildern übertreiben die beim Zweier irgendwie. Oh. Okay. Schon kaputt. Ähm. Lass das fallen, aber schnell! Lass das fallen, aber schnell! Du böser Bube. Ich bin so böse. Ei. Okay. So, was haben wir hier? Da kommen wir nischt rein erst mal. Ist da noch was? Nee. Ich sag nicht, glaub ich, diese Tür da irgendwie aufbekomme. Kann ich die vielleicht wegsprengen? Ich mein, den Alarm kann ich jetzt genauso gut in Kauf nehmen, aber... Aber ich glaub, die sind eh zu arg geschützt. Ich glaub, das geht nicht. Nö. Okay, da sind keine Schalter mehr, auch nix verstecktes. Und gut. Vielleicht kommt es noch. Auf mich nicht. Vielleicht kann ich die von da oben aufmachen. Hey, Schilde! Ich zerstöre Schilde sogar. Okay. Das war schon der Aufzug. Jawoll. So, immer schön vorsichtig vorwärts. Kaputt. Du Echse. Du Echse. Du Echse. Du Echse. Du Echse. Du Echse. Ich kann nicht kaputt laufen. Ich bin... Super Mario Silencer. Auf mich. Gut. Wo war jetzt dieser komische Alarm? Ah, ich seh ihn. Ich seh ihn, ich seh ihn, ich seh ihn. Ähm. Alles klar. Ich muss Spaß immer mit meiner Granatläufer-Munition umgehen. Echt? Aber der gefällt mir nicht. Das ist gut. Du schaltest kein... Nein, du schaltest keinen Alarm mehr an. Es sei denn, du schaffst es irgendwie deine 2000 Stücke, die du zerlegt bist, irgendwie da hinzubekommen. Ich möchte diesen... ...Vedgerang kaputt haben. Wir machen am besten gleich... ...gleich zwei Stück hin. So. Okay, der ist hinüber. Was haben wir da unten? Wir haben... Oh. Eine Thrasher-Kanone und zwei Wachen. Schnell speichern. Alles klar. Ja, stell dich mal in den Aufzug. Komm her. Put, 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 put. Komm. Jetzt komm her. Ah, du hast es doch gehört. Du willst es doch auch. Komm. Dann geb ich dir nicht mehr Zeit. Ja, ja, ja. Okay. Ähm, da ich nicht runter möchte und die Thrasher-Kanone kaputt machen will, während da einer steht, werde ich mal Folgendes tun. Weil im Zweier fallen nämlich die Spinnenminen so schön nach unten. Gefällt dir das? So, ist das Ding schüttgeschützt? Ich befürchte es fast. Nein. Sehr schön. Wenn es so weiter geht, gehen meine Spinnenminen auch noch alle zum Eige. Alles klar. So. Schnell fahren. Runter da. Äh, wohin schieße ich, Idiot? Doppelkill. Was war, was war schnell laden? War F6 schnell laden? Nein. Nein. Was war schnell laden? Hilfe, was war schnell laden? Ähm. Oh, es gibt einen Hilfsschirm. F4 war schnell laden. Okay. Schnell laden. Entschuldigung dafür. Gut. Das bedeutet, ich muss hier mit Granat dafür runter. Alles klar. Oh, hält die Kamera viel aus. Okay. Halleluja. Und da oben ist auch nichts mehr. Einglück, da ich die Mission echt hat. Sicherheitstür jetzt offen. War das die da oben? Ähm. Es tut mir echt leid. Es tut mir echt leid. Ohne Mist. die da oben ist. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Und dann näher geht es nicht. Ohne Mist. Genau. One Mist. Okay, da bin ich noch nicht lang. Äh, Vorsicht. Dieser verrückte Kauz von Nostalgic Gamer. Das Spiel ist doch tatsächlich auf dem höchsten Spieligkeitsgrad. Aber ich will jetzt mal hochgucken, ob das jetzt da oben... Oh, ein Alarm kann ich aufschalten. Diese Sicherheitsentür da oben aufgemacht hat. Was ich sehr begrüßen würde. Okay. Die kleinen Schäfchen. Okay. Jawohl, die Tür ist offen. Ui. Also wenn du jetzt dem Laser schießt, dann machst du ja nichts ins Richtig. Was ist denn das, BK-16? Ich glaube, das ist eine Plasma-Waffe. Fällt mir gerade irgendwie so auf, dass ich das Spiel sehr schlecht in Erinnerung habe. Weil ich kann mich nicht mehr an diese Waffe erinnern. Hallo? Ja, eins noch. Ich hasse Spawn in die Gegner. Okay, in den Teleporter will ich noch nicht rein. Auch immer, der mich hinführt. Möbelip, Nachricht. Nach, anschauen. Captain, Sie bekommen bald Besuch. Die Wachzentrale hat eben eine Gruppe Camtrons in ihre Richtung geschickt. Sie täuschen ein. Sie sehen wie gewöhnliche Objekte aus, verwandeln sich aber blitzschnell in tödliche Killermaschinen. Wir wissen nicht, wie man mit den Monstern fertig wird. Auf jeden Fall habe ich östlich von ihnen ein Plasma-Schild in einer Kiste versteckt. Es hilft nicht viel, aber mehr kann ich jetzt nicht für sie tun. Shepard aus. Ah, ich hab's gewusst. Die kommen jetzt, die Drecksviecher. Schnell, Spalten. Ach Gott. Okay. Darmentoilette. Nee, das ist die Haare-Toilette. Hat er gerade Englisch gesprochen? Okay, die haben anscheinend diesen Dialog nicht übersetzt. Wache! Okay. Da ist eine Wache auf der Toilette? Und du hast nach der Wache gerufen. Hast mich verraten! Ich hinterlasse dir ein Deadpack als Andenken. Was will ich eigentlich machen? Ich will hier rein, okay? Chemtron! Chemtron, Chemtron! Ist da hinten ein Chemtron? Wie jetzt Alarm? Gut, gut. Du hast ihn angeschaltet. Wie jetzt? Zaaaaaax! Wot-wot-wot-wot-wot-wot-wot-wot-wot-wot-wot. Ähm. Ja, bla 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 bla. Nee, es ist Zeit wieder für eine Spidemi. Grundgütiger. Hat es denn nie ein Ende? Ah, ich hab's gewusst.